So mit Dias, nehmt er es uns ja lassi? Einfach so ein Prank lassi? Ich würd's ja lassi. Komm, scheiss. Du brauchst nicht, du bist stark genug. Du brauchst keine Dias. Eben ja, wäre stark. Du brauchst nicht. Ja? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part Minecraft. Wie ihr vorher noch wisst ihr noch, Sebu ist tot. Ich hab meinen Öffnen lassen und schaue ob wir sterben. Hoffentlich hat die niemand gefunden. Ich bin vielleicht am Arsch. Ich bin schon in der Lavafall. Das hast du schon beim ersten und zweiten Part gesagt. Und dann bist du gestorben. Durch Lava. Also. Er hat noch auf dem Brennen. Warum nicht auf dem Brennen? Darf ich noch am Brennen? Was? Ist das normal? Er hat nicht weitergebrätelt, oder? Jetzt. Waaahhh? Ahh, da ist niemand in diesem Junk. Ah, geht's um einen Junk? Ja, der Junk muss grad sein, dass er überhaupt öhh brätelt. Das ist ja HURENGich geil. Du bist wirklich für dich alleine in diesem Jun ... Ja gut, der Junk ist ja nicht so gross eigentlich. Ja stimmt schon, was ist ein 16 auf 16. Ich habe überhaupt kein Ahnung, was ist Minecraft? Also, Ein bisschen nervös bin ich gleich schon wieder. Da sind wir die blauen Google. Bist du schon wieder nervös? Ja, ich bin gegen nervös. Ross ist ein... Bist immer Dschunk. Dschunk. Egal, und er geht wieder ab, wenn du schnell ein paar Dias gehandt, oder? Ich würde. Ich würde schon noch Dias, wenn schon ein Strat. Sebul, hast du alles richtig eingestellt bei dir? 16 auf 16? Ja. Wieso? Du bist gerade so ein wenig abgehackt gewesen. Ja, Moment. 16 auf 16. Ich bin eben im TSL ein wenig falsch eingestellt. Ich habe vorher noch die Empfindlichkeit runtergestellt. Ich weiss doch nicht. Dann gehe ich jetzt hier wieder runter. Ja. Und es sind 256 Blöcke. Ja, ja. Bis zum Endrua. Gehen wir wieder auf 11 runter? Ja. Ja. Schau, ob wir die an zwei finden. Hast du jetzt gesessen? Ja, ich habe 32 Steaks. Oh, geil. Ja, die Säule hätte er noch gefunden. Genau. Genau. Ja, du scheisse. Geil. Hörli. Nice. Hörni, wenn du das Video schaust, spiel nicht so viel Arma. Bei Spass. Ja, wirklich Hörni. Spiel nicht so viel Arma. Du Sebul. Soll ich jetzt noch alles mitnehmen? Brauche ich noch eins? Anbossen. Ja, wäre schon geil. Ich nehme es einfach mit, scheissegal. Je nachdem, willst du noch zaubern? Ja, ich weiss nicht. So ein Bogen wäre schon geil. Aber andererseits, ja. Ja. Du brauchst fast noch mein Zuckerrohr, das ich verbrenne. Du sollst fast noch haben. Ja, du gehst nicht ins Zuckerrohr. Ich gehe jetzt dort und gehe holen. Ja, ja, ins Lava. Du weisst ja, wo ich drüber bin. Ich habe es vorher gesehen bei der Folge. Ja, ich habe jetzt vorher die Folge von Sebul geschaut. Und jetzt bin ich wieder voll motiviert. Hoffentlich wohl. Kampfgeist. Amenna. Amenna, Koi. Amenna. Das Tränen ist da gewesen. Die ganzen zwei Leute, die es schauen. Aber es war so süss. Wie es so süss ist. Mit den verschiedenen Kumpeldingen. Minecraft-Ding. So süss. So süss. Das haben wir doch alles zusammen erlebt. Weisst du nicht mehr als Las Vegas. Ja, klar. Ja. Wenn sie jetzt ein Bild von Minecraft Las Vegas einfügen. Fick dich, Siru. Fick dich. Ja, wirklich. Fick dich. Aber weisst du was? Ich spiele dann noch gerne mit Photoshop rum. Also. Hier ein Bild. Oh, dann kommt der Herbert nicht. Weisst du was? Nein, stopp. Stopp. Nicht der Herbert mit dem Hut. Nein, bitte nicht. Was hast du gekocht gewesen? Nein, einfach. Verzähl mir so Sachen. Da muss ich überall ein Bild einfügen. Ja, das muss. Du willst nichts. Nichts ausser zu sterben. Hier ein Bild. Du musst nichts. Hier ein Bild. Von nichts. Also wir machen hier ein Bild von nichts. Merci. Merci Obama an dieser Stelle. Thanks Obama. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Koordinates. 12. Super. Oh, schau mal. Ein Lava-Se. Nice. Diaz. Was? Als ob ich einfach Diaz habe. Ich brinne. Ah. 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 Ich kann mich nicht mal löschen. Ja, ich bin voll. Ich bin voll. Live. safe. Aber ich brinne gleich. Ich habe wirklich Diaz. Ja, mache ich gleich. Ich wollte ihn jeden Mal retten. Ja, du bist auch nicht mal raus gekommen. Weisst du, im Vorhaus habe ich noch gesagt, Zebul, ich werde eh in Lava ertrinken. Dann hast du gesagt, okay, dann müssen wir das noch üben. Was haben wir gemacht? Wir haben es nicht geübt. Genau. Wir haben es nicht geübt. Wir haben es wirklich nicht geübt. Du hast es noch gesehen, weil aus Lava komme ich aber auch nicht raus. Wir müssen noch üben. Wegen. Du bist im Schatten. Weisst du, du bekommst ja so einen Schatten. Ja, dann musst du ja in den richtigen Ding raus. So mit Diaz. Nein, du sollst es ja lassen. Einfach so ein Prank. Lass ihn. Ich würde es ja lassen. Komm. Scheiss. Du brauchst nicht. Du bist stark genug. Du brauchst keine Diaz. Eben ja. Wäre stark. Ja, du brauchst nicht. Hä? 28 Diaz brauchst du. Ja, am Ende ist es. Ich habe 4. Nice. Ich weiss. Soll ich das Schwert machen oder so? Nein. 4 hast du? 4 habe ich. Du solltest 5 haben. 5 hast du. Das würde ich nicht verzaubern im Fall. Weil mit 5 kannst du einen Diamant-Spitz-Ack machen und dann einen Prosidian- und Zauberungs-Disch machen. Aber ich habe gefragt, ob du Zauberen willst. Oh, Jesus Gott. Oder dann die Diaz schaufeln. Was ist die Diaz schaufeln? Ich weiss nicht. Du musst mal schnell herunterbauen. Hehehe. 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 Der Sarandi hat die Diaz schaufeln. Nice. 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 Dann kannst du den Situ geil machen. Tod durch Diaz schaufeln. Ja, doch das machen wir. Gold nehme ich noch mit, wegen Goldöpfen. Die sind schon ziemlich OP. Okay. Ja. Warum? Aber Diaz gefunden. Nice. Das lassen wir zusammen. Das ist gut gefunden. Das zählt man. Das ist einfach mal gut. Die 4. Folge kann man doch mal Diaz finden. Oder nein? Ja, die anderen haben alle schon die Ersten zu. Nein, die Ersten haben sie auch gelogen. Die meisten. Glauben Sie mal. Ja. 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 Theoretisch schon. Aber... Du willst nicht zu essen. Du musst nicht ein ganz verrottenes Play-Shirt. Du wirst die Gang. Die Theoretisch Gang. Die Theoretisch Gang. Wir sterben einfach am Lägen. Alter, was ist das alles für Missgeburten-Lava-Szenen? Weisst du das? Was meinst du mit Missgeburten-Lava-Szenen? Ja, einfach alles so. Eine solche, die nicht mal etwas gesehen ist. Gemüse. Aha, die eine tiefe Decke hat. Ja, genau. Ein solches, wie du bist gestorben. Genau. So eine Mauer. Alter, aber... Wieso? Alter, die noch nie in Minecraft so gestorben haben. Der ist ja dumm. Der ist ja dumm. Wieso? Hast du nicht gesneakt? Ich weiss es einfach immer noch nicht. Ich habe nicht gesneakt, dass du mich siehst. Ich habe dich doch gesehen. Du bist so hart. Du hast... Ja, es ist dumm. Es ist... Ja, ja. Ich bin einfach zu wenig aufgeregt. Ich weiss nicht, ob ich so ein Street-Mail. Ich kann doch das nicht. Passt schon. Koordinaten! 11. 8 Minuten. 8 Minuten. 8 Minuten. Ich weiss es ist genug. Ja, dann kannst du einfach das Street-Mail. Aber... Ne mehr Lapis. Mitte, ich habe schon 36. Ich brauche ne mehr als 36 Lapis, oder? Nein. 36 ist genug, oder? Es reicht doch längst. Jetzt kannst du immer noch Lapis-Blöck machen. Da wird es. Bist weniger hinter dem Kartoff. Das darf ich leider nicht schneller laufen lassen. Darum... Hier ein Bild. Von was? Ich weiss es nicht. Kannst du mir bitte etwas Cooles sagen? Ok, ich sage dir jetzt mega etwas Cooles. Weil es nur beendet ist. Ein Soul mit Flügeln und einer Krone oben drauf. Ein Soul mit Flügeln und einer Krone. Ist das jetzt gerade die Ernst? Und sie singt. Und sie singt. Let it be. Let it be. Copyright. Hey, jetzt kannst du jetzt ein paar mehr reinbringen. Ok, jetzt hast du es zwar übertrieben. Aber probieren kann man es ja. Let it be. 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 Ja ja. Ist zwar nicht ganz rausgekommen wie geplant. Aber... Ist ok. Für eine Animation. Für eine Animation. Ist das lustig genug? Ich weiss es nicht. Oh man, ich bin nicht ein Kommentar. Ich bin nicht ein Kommentar. Ich bin nicht ein. Wenn es weh, dann nicht. Also, was nicht lustig war, schreibt sich in die Kommentare. Das war schon lustig. Und was nicht lustig war. Das schmeckt nicht lustig. Mal! Das war nicht erst wieder so schief. So, ich sehe dich. Ich werde irgendwie von einem Skelett-Bow gebämmt. Aber es ist gerade ein Problem mit Full Iron. Ich bin in einer Hölle. Oh! Digga! Digga! Es ist alles gut, alles gut, alles gut. Es wäre vielleicht jemand fast gestorben. Okay. Sag ich Merz. Jemand bei dir? Aron, komm nach vorne! Ich muss jetzt sowieso Aron einfügen. Nein, nein, nein. Ja, Cyril bitte du mich einschneiden. Jetzt ist der, 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 der. Coordinates! 12. Ich muss das wirklich machen, ich habe es letztes Mal voll verkackt. So, mit Abel muss ich wirklich sagen, dann sehen wir es. Ah, die scheisse Gruppe. Das ist ein Allpack. Jetzt bin ich da schon mal rum. Ja, was machst du jetzt noch? Ja, du kannst Hölle, ich suche doch Dias. Okay. Und ich mache einfach Gold mit. Ja, und dann gehe ich einfach nächstes Mal. Da oben. Aber wenn du 5 die Dias hast, irgendwas, wenn du eine Spitzachs machst, sonst machst du immer eine Spitzachs. Und mit 5 kannst du dann eben eine Spitzachs machen, diese Spitzachs. Dann kannst du Obsidianen farmen, 3, 4 Stück. Und dann kannst du mit den 2, die du übrig hast, dann brauchst du eben noch ein Buch. Dann kannst du einen Zaubertisch machen. Und dann könntest du schon nur das Isenschwert stärker, wenn es Verzauber ist. Als das Diaschwert glaubt. Okay. Ich weiß nicht. Google? Ja, so mit Schärfen ist sowieso stärker. Du hast jetzt ein Diaschwert auf Schärfen 2. Ja gut. Ja, das Diaschwert kannst du nicht auf... Also, ich nehme mir nicht an, dass du das Level 30 kannst verzaubern. Mit Bücherregal und das. Da sind wir... Das kannst du auch nicht in einem Tag haben. Das ist ja jetzt zu Zaubertischwert. Du kannst mit Level 1 und das haben wenigstens ein Sharpener mit einem Isenschwert. Vielleicht kriegst du schon noch mehr Dias. Du kannst mit einem Isenschwert auf einem Isenschwert. Das wäre schon ein bisschen brutal. Weil... Ein zweier Team wird tiefer Zauber auf Level 30. Du hast keine Chance. Jetzt wird die anderen Folgen noch nicht sehen. Ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass sie nicht die Hälfte gar nicht hochladen. Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber ich glaube... Keine Ahnung. Koordinaten! Merci. Wo gehen wir hin, Sebu? Ich weiss es doch nicht. Ich würde mich immer gegen die Links. Ich würde mich immer gegen die Links. Das war ein guter Deck. Immer gegen die Links. Gibt es eine Besserung aus links? Gibt es eine Besserung aus links? Gibt es eine Besserung aus links? Wie geht es nicht? Sonst nicht. Ja, ich werde etwa 3 Minuten gekickt. 3 Minuten. Ja, jetzt... Bolle ich einfach da noch ein bisschen an und tue noch ein bisschen auf das Trip ein. Und dann gehe ich in die nächste Folge einfach... Vielleicht, keine Ahnung... Schläge mit dem. Ja... Das kannst du ja mit ihm machen. Ja... Ja... Der Zipi... Ich glaube, der ist ziemlich gut in Minecraft im Vergleich zu mir. Aber er ist alleine halt. Das wäre noch gut. Ja. Ja, es wäre noch so... Ja... Fair. Fair ist es schon. Aber... Fair Minecraft. Ich bin gestorben. Fair ist schon, wenn man Difficulty low macht. Nein... 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 Es ist nochmal 1 gegen Gaze auf ihm in real life. Nicht auf Timolia. Fair ist 1 gegen Gaze in real life. Timolia ist wirklich sehr fair. Fairness in Minecraft ist ein gutes Zeichen. Vor allem, wenn du einfach das Lava-Eimer abpackt. Und dann hast du einen leeren Eimer und du hast eine Plante und du hast einfach Lava-Eimer rein. Nice. Das ist super. Ja! Ich bin zu hoch. Kein Wunderfinger in der Diaz. Geht's! Zum Glück haben wir PvP geübt. Sebu hat's richtig gebrauchen. Ja, ja. Ich hab's wirklich gebrauchen, dass ich in diesem Lava-Eimer zu schwimmen hätte. So viel gebracht. Ja, ja, Siri. Ja, nein. Es kommt schon gut. Aber eben, ja. Du würdest sagen, wie lange es durfte ich... Wie lange es durfte ich durfte. Wie lange es durfte ich durfte. Ja, nicht, ey. Wie geht ihr? Vielleicht schaue ich, dass ich... Eben. Diaz. Ich bin dumm. Ich nehme eine Türe. Es ist nur der Einzige. Ja. Es senkt schon. Du hast 5. Du hast 5 Diaz. 6. Ja. 7. Wie viele sind sie? Wie viele sind sie genau? Sieben. 8. 8. Du sollst schon auf einer Brust legen, wenn du das Diaz schwert. Ja, könntest. Ah, ich weiss doch nicht, was sie sollen. Ja. Überleg dir das in der nächsten Pause. Sonst kannst du immer noch 3D minen. Du musst einfach... Du musst einfach... Die Entscheiden. Oh. Das war ja gut. Die Entscheiden, was du willst. Also ich muss dich unterstützen. Vollkommen. Hashtag FizzBär. Für immer und ewig, babe. Aber das Ding ist, wenn ich nicht gegen andere gewinne, das wollte ich doch gar nicht. Vielleicht. Ja, klar. Wie ist dieser Abonnent-Abstand für so einen grossen Eindruck? Der hat, glaube ich, nur 300. Also nur. Aber er macht ja keine Ahnung, wessen ob er aktiv ist. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat mal seine Videos gelöscht, wenn er richtig gestalkt hat. Er hat vorhin gerade... Gell, der Zip... Ja, Zipi, Zipi... Keine Ahnung. Er hat vorhin gerade Gigi kommentiert. Er hat unsere Folk geschaut. Er will nicht von uns sterben. So, jetzt hat er auch eine Hu-Angst. Ich bin mir ziemlich sicher eine Hu-Angst. Ja. Du weisst nicht. Nämlich, Siru. Sein Kopf gegen Kuchen hat. Weiss von mir nicht. Zum einen Bär wollen. Ja. Wär-Bär. Wär-Bär, sorry. Wär-Bär. Ja, das ist schon wichtig, dass er das richtig sei ist. Ja. Zipi. Weisst du. Äh... Koordinaten. Ja. Ja. Gut, ich glaube, es geht eh niemanden Hand, der Fall. Ich könnte auch eine Koordinaten sogar offen lassen. Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht. Ja, vielleicht kannst du gehen Hand. Weil niemand mit Hand rechnet. Oh, jetzt rechnen sie. Ich spaw nicht. Ich spaw nicht. Sebu. Was? Was? Ich spaw nicht Lava. Wieso? Bist du ausgelockt? Ja. Ich habe einen Block weggebaut. Ja. Dann kommt Lava zu fliessen und dann bin ich ausgelockt. Nein! Aber jetzt der Junk lässt es ja nicht. Ja, es muss nur mal drüber durchlaufen als Lava. Andresi Frage. Ist das jetzt ein guter Cliffhanger? Pam. Pam. Das ist ein riesen geiler Cliffhanger. Nicht mal extra! Wuuu! Wuuu! GG. Dann bist du jetzt fertig, he? Ja. Und nächste Folge bin ich eventuell tot. Ah, das habe ich schon letzte Folge gedacht. Also... Ah, sieh. Vielleicht frage ich dir mal noch Drittsmark. Vielleicht sagt ich ihn auch so. Ja, wir drücken Diffid Coutinho. Ja. Ja. Juhuhuhu! Das ist jetzt so... Nein, das ist wirklich... Kein Vorwurf. Das ist ein Ideal raus. Haha. Ich werde jetzt Abboten machen. Ja, ja. Das war es mit dieser Folge. Abonniert wieder Sebul. Das ist jetzt auch ein wenig weniger aufwendig. Die nächsten paar Folgen. Aber abonniert mich gleich. Ich habe es nötig. Zoll muss vorkommen. Ja, Zoll kommt vor. Ich blende sie nochmal ein. Danke für die Zoll, Sebul. Ich hatte jetzt 15 Stunden dran. Tschau zäme. Tschüss. Abonniert. Let it be. 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 Nice.